All right, all right, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. All right, all right, Leute, willkommen zurück zu Fortnite. Schöne Grüße, Valentin, Mittagsaktiv. Seid ihr schon ausgeschlafen, die wilde Nacht durchgerockt? Haut ein Like rein, wenn ihr wach seid und das Video schaut. Und vor allen Dingen, wenn ihr das Video schaut und euch denkt, ich schau wirklich grad das Video. Like. Haut einfach das Ding doch mal rein, ist doch eh kostenlos, ne? Ich hab einfach Bock, Leute, auf die 10.000 zu kommen. Aber wisst ihr, worauf ich noch Bock habe? Geheimnisse und Secrets. Ihr wisst es, ich hab eine ganze Reihe davon, ne? Ich gucke mir immer wieder kleine Geheimnisse an, die die Community vielleicht nicht kennt. Versteckte Orte, prüfe versteckte Orte, was TikToks angeht. Heute zeige ich euch wieder ein paar Secrets, die viele vielleicht noch gar nicht kennen, weil die vielleicht das Spiel erst später gestartet haben oder nicht von Anfang an dabei sind. Sowas in diese Richtung halt, ne? Kleine versteckte Hinweise von Entwicklern, die auch vielleicht ein bisschen die Charakterbeziehung zwischen den einzelnen Skins verdeutlichen und, und, und. Also ein paar richtig nice, interessante Sachen. Und, Leute, wir brauchen wieder nur noch 30, um auf die 772.000 zu kommen. Also, ne, 30 Leute müssen noch auf diesen Button spucken. Aber drauf damit, wenn ihr die Videos sowieso regelmäßig vom Algorithmus empfohlen bekommt, wie so oft bei einigen anderen auch, Leute. 50% schauen, 50% sind Abonnenten, die anderen, die Rest nicht. Schauen die Videos regelmäßig, würde mich freuen. Dann haben wir die 772.000 wieder geknackt und, ne, dann, ich bin so bösehlich bis zu 800.000, damit ich endlich diesen Fuß zeigen kann. Und fangen wir direkt schon mal mit einem Secret an, was mega interessant ist, ne? Ihr wollt auch bestimmt schon direkt ein was Juicy gesehen, Leute. Und nicht erst am Ende des Videos, aber am Ende des Videos kommen auch noch mal coole Sachen. Aber, ne, Sprays sind ja schön und gut, ne? Wir haben ja so unterschiedliche Sprays in, äh, in... Ich weiß nicht, dass das weggegne. Wir haben tausende von denen. So, die meisten Sprays haben nicht wirklich eine krasse Bedeutung oder sonst was, aber es gibt eine, eine bestimmte Spray-Reihe, die ein kleines verstecktes Geheimnis hat, was die meisten gar nicht kennen. Und zwar betrifft es diese Spray-Reihe. Das ist ein einzelnes Spray. Einzelnen, komplett unspektakulär. Aber es gibt noch drei weitere, die tatsächlich zu dem Spray passen oder zu dem ganzen Set. Und die kann man, äh, hier nebeneinander platzieren und ergeben dann tatsächlich einen Schmetterling. Naja, das sieht jetzt ein bisschen schief aus. Warte, ich muss das neu machen. So. Und so. Und wenn man die Sprays so mehr oder weniger anordnet, das könnte man jetzt ein bisschen besser machen noch, ne? Ergeben die vier Sprays tatsächlich ein großes gesamtes Spray mit einem Schmetterling in der Mitte. Die vier passen zusammen. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr neises Secret, was die meisten gar nicht kennen. Und falls ihr mal eine richtig, richtig große Spray haben wollt, was richtig zusammenpasst, einfach diese vier Sprays zusammen machen, ne? Die meisten kann man jetzt nicht mehr bekommen. Wir hoffen, mich anzuschießen, Mann. Ich versuche den Leuten was zu teigen. Versuche den Leuten, Spielspaß und Spannung rüberzubringen. Und ich hab nicht mal Minis. So. Sehst du? Das kommt davon. Hättest du einfach mal nicht angeschossen, ne? Seien wir mal ehrlich. Dann wäre doch alles friedlicher gewesen. Während ihr dieses Video schaut, Leute. Wir zocken heute Resident Evil 8. Dank Capcom habe ich den Code jetzt einen Tag früher erhalten. Early Access. Und darf mit euch das Spiel ein bisschen spielen. Und werden wir heute auf jeden Fall durchsuchen. Deswegen holt euch Snacks, holt euch Getränke. Was auch immer ihr braucht, um fit zu bleiben. Ich weiß, viele wollen sich nicht spoilern lassen, und weil die selber spielen wollen. Aber es gibt auch viele, die sagen, hey, ich hab kein Geld dafür. Würde aber trotzdem das gerne mitgucken. Gerne bei mir weiterschauen. Ich weiß nicht, ob wir das heute durchkriegen, aber definitiv morgen weiterspielen und so weiter. So, Kniescheibe zerberstet. Kniescheibe Nummer 2 zerberstet. Kniescheibe Nummer 3. Kein großes Geheimnis, Leute. Ist der neue Itemshop natürlich, ne? Und da haben wir ja nicht nur den Batman-Skin. Das ist unter anderem mit dem Gleiter, den man ja auch in den Comics bekommt. Aber es ist nicht der gleiche Batman, den man durch die 6 Comics bekommt. Wenn man alle 6 Comics einlöst, bekommt man noch einen anderen Batman. Und dieser Batman wird auch einzeln in den Shop kommen. Oder man kauft sich alle 6 Comics und kriegt die Items auch so. Tatsächlich ist es billiger, die Comics zu kaufen, Leute. Kauft euch zuerst die Comics, bevor ihr euch irgendwelche Batman-Bundles einlöst. Nur so als kleiner Tipp. Und wir haben das Essens-Paket jetzt auch nochmal drin. Das ist auch mega coole Ding. Mega geile Pakete. Werden wir auch on-stream ein paar Skin-Pakete zusammenbassen. Wenn ihr euch das kauft, tragt den Creator-Code ein, Leute. Das ist ein Secret. Dann helft ihr den Creator, den ihr dort einträgt, der euch hilft. Wenn ich euch helfe und ihr sagt, hey, ich würde dir gerne was zurückgeben. Einfach eintragen. Ihr müsst nicht mal was kaufen. Selbst wenn ihr sagt, ich kaufe nichts. Würde mich freuen, wenn wir da Einträge machen. Kommen wir zu einem kleinen Secret, was die meisten eigentlich wissen sollten. Aber ich denke mal, ich habe schon mal ein paar Kommentare gesehen, wo die Leute total verblüfft waren, was die entdeckt haben. Deswegen dachte ich mir, nehme ich es mal auf. Und das betrifft den Charakter Muskelkater. Sehr, sehr beliebter Charakter, der übrigens auch bald einen neuen Stil bekommt. Was heißt Stil? Einen neuen Skin. Und zwar als Cartoon-Version. Das kommt als Cartoon-Version rein. So ein bisschen Richtung Bendy. Mickey Mouse. Wurde ja schon hier ingehm angeteasert. Kommt er bald raus. Aber das ist nicht das Secret. Das Secret betrifft seinen rechten Bizeps. Und zwar steht dort Lynx drauf mit einem Herzchen. Und ja, so wie es scheint, gibt es eine Liebesbeziehung zwischen Muskelkater und Lynx. Lynx, was auf seinen Armen steht, ist der englische Skin-Name für den Lux-Skin. Und das ist die gute Dame hier. Hat ja in ihrer Standard-Variante auch halt Katzenohren und so weiter. Und was das Ganze nochmal ein bisschen beflügelt, warum das wirklich eine Liebesbeziehung ist, ist tatsächlich der Season 7-Ladebildschirm. Der ist eigentlich schon relativ berühmt, ist mehr oder weniger. Und zwar der hier, ne. Das ist der Ladebildschirm von Lux aus Season 7, wo wir tatsächlich dann Muskelkater schon Monate vorher gesehen haben, bevor er dann das Spiel tatsächlich dann Epic auch als Skin rausgebracht hat. Aber dort sehen wir ein großes Bild vom Muskelkater, ne. Und da sieht man auch so ein bisschen die Beziehung zwischen denen. Scheinen sich irgendwie zu mögen. Und ja, ihr werdet euch jetzt fragen, wenn Muskelkater und Lynx ein paar Pärchen sind oder sich mögen, ist dann Kit etwa der Sohn von den zwei, ne. Und schwer zu sagen. Das kann einfach nur sein, dass sie sich nur sehr, sehr gern haben, ne. Muss ja nicht heißen, dass er irgendwie einen Sohn hat. Oder sowas, ne. Aber Kit ist tatsächlich der Sohn dann von Muskelkater. Von wem der dann stammt? Nun, das lasse ich eure Fantasie frei im Lauf, Leute. Dazu gibt's aber definitiv keine Antwort erstmal. Nächstes Secret, Leute. Ihr kennt ja die Zeitherausforderungen, die man machen muss beim Schwimmen oder irgendwelche Checkpoints ablaufen. In jeder Season gefühlt kriegen wir einmal so einen Satz an Aufgaben. Jetzt haben wir aktuell halt mit Weeping Woods haben wir so eine Uhr und da kann man schwimmen und die Dinger aufsammeln. Wusstet ihr aber, dass diese Challenges auch ein kleines Geheimnis aufwirken? Ja, toll. Boots, 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 Boots. Heute um 16 Uhr kommen ja weitere Aufgaben raus, Leute. Die Aufgaben helfe ich euch ja auf dem Zweitkanal. Erwähne ich ja immer wieder, weil die meisten das vielleicht noch gar nicht mitbekommen haben. Challenge-Videos jetzt raus. Dort könnt ihr natürlich gerne dann die Hilfe reinholen, wo ihr die ganzen Bücher und was auch immer ihr auch heute diese Woche sammeln müsst. Und zwar ist das diese Musik hier. Ich lasse die mal laufen. So eine 8-Bit-Mucke. Ist catchy. Ist wirklich nice. Hat man Bock drauf auf jeden Fall und man spürt den Zeitdruck. Aber das Secret hinter dieser Musik ist, es ist tatsächlich die 8-Bit-Musik von der OG-Lobby-Musik. Wissen einige, aber gerade die Leute, die vielleicht nur in Fortnite drin sind. Und das hört man, wenn man das Lied ein bisschen langsam abspielt und zwar so. Jetzt hört man ganz genau hin, zum Beispiel, wenn der höhere Ton kommt. Und jetzt direkt die OG-Musik. Ne, ist deutlich gestreckter. Nicht so hoch wie der 8-Bit-Song, aber man erkennt so die groben Ansätze von der OG-Musik. Und in der 8-Bit-Version ist das einfach nochmal alles hochgepitcht, schneller und ein bisschen kompakter und nicht so langsam. Nächste Secret betrifft unsere Lexa, die wir in Season 5 bekommen haben. An sich ein Cyborg, die sich verwandeln kann, ne, logischerweise. Hat ja auch den eingebauten Emote, aber die hat eine ganz kleine Mini-Geschichte in Season 5 erhalten, die eigentlich ziemlich offensichtlich ist, aber wenn wir schon über Secrets reden, packen wir die mal mit rein. Und zwar ist, wie nennt er natürlich, weil sie sich verwandeln kann, ein Cyborg. Und auf ihrem Arm sehen wir auch das Logo von Y-Labs, also Y-Labs. Ein Wissenschaftslabor, was bisher in Fortnite keinen wirklichen großen Grund hat, aber in den Item-Shop kam dann noch ein zweiter Skin rein und das ist der Orin. Auch Teil des Y-Labs-Rettungsteam und hier ist die Y-Labs-Jägerin. Und tatsächlich sind die Geschwister. In Season 5, wenn man mit Orin die Lexa angesprochen hat, hat sie gesagt, ne, von wegen Bruder, wie hast du mich gefunden oder sowas. Also nicht wie wir in Deutschland immer sagen, ne, Bruder, was geht ab, Digga, was läuft, ne. Aber sieht man auch in einer Hand, ihrer Beschreibung hier, auf der Jagd seiner lang vermissten Zwillingsschwester. Warum er sie jagt, haben wir nicht erfahren. Kat gab keine weitere größere Story dazu, ne. Der Skin kam halt in den Shop rein und das war's und verbindet die zwei halt und der ist halt auf der Suche nach ihr, während sie geflüchtet ist beziehungsweise angeheuert wurde natürlich in diesem 5. Aber ja, Geschwister und irgendwas hat er gegen sie und ist dabei, sie zu jagen und tatsächlich ist er der mehr oder weniger sucht seine langvergessene Zwillingsschwester, aber gehört zum Rettungsteam, während die, die Geflüchtete ist und zu den Jägern gehört, muss man nicht verstehen. Nächstes Secret ist ein Urgestein in Fortnite. Viele, die Kapitel 1 spielen, sollten dieses Secret kennen und es ist tatsächlich am Aussterben. Es ist ein Secret, das immer weniger und weniger wird und das immer weniger Leute kennen und das betrifft diesen Fisch, Leute. Und das wissen nur richtige OGs, die Fortnite schon ewig kennen, dass dieser Fisch und auch viele andere Fische in Kapitel 1 mitgetanzt haben, wenn man getanzt hat. Die tanzen tatsächlich mit euch mit, wenn ihr einen Emote macht. Eines der letzten Fische ist in Retail Row und in einigen Gebäuden von Retail Row. Dort gibt es auch noch mal ein paar vereinzelte Fische, die an den Wänden hängen und die reagieren auch auf den Tanz. Warum das fast ausgestorben ist, tatsächlich gibt es von dem Fisch noch ein zweites Modell, was in Kapitel 2 eingeführt wurde und bei vielen neuen Orten wie zum Beispiel Holly oder irgendwo auf der Straße, die glaube ich auch so ein Fisch, die reagieren leider nicht auf die Intense. Deswegen, solange Retail noch da ist, es existiert noch dieses Secret und dieses Easter Egg, aber es ist am Aussterben und ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute, die in Kapitel 2 angefangen haben und davon gibt es natürlich immer eine Menge, kennen das Ganze noch nicht und es ist auf jeden Fall auch immer wieder lustig und sollte man im Herzen bewahren, Leute, weil das war der Anfang von allen Secrets in Fortnite damals. Direkt das nächste Secret, ich habe nicht umsonst diesen Skin ausgewählt, ne? Eco Skin zeigt ja die Kapitel 1 Karte, die alte Map mit Dusty Depot auf seiner Hüfte unten, mit einem kleinen Meteor, der eingeschlagen ist, links die Lava Gegend, sehr, sehr viele coole Details, aber ein weiteres sehr cooles Detail ist natürlich auch die Uhr auf seiner rechten Schulter. Einerseits ist das natürlich eine Anspielung an Tilted Towers, an dem Big Ben, weil das dort natürlich die ikonische Uhr zu sehen war, aber die Uhr hat auch eine Funktion, ne? Man sieht die Tageszeit beziehungsweise die Uhrzeit in der Fortnite-Welt, ne? Aktuell haben wir jetzt fast 12 Uhr mittags und deswegen ist die Uhr auch kurz vor 12 Uhr mittags. Wenn es dann irgendwie spät abends wird, zeigt er 9 Uhr, früher morgen halt um 3 Uhr und diese Uhr geht dann halt auch in Real-Time mit. Ne? Das hatten wir in Kapitel 1, hatten wir das ein bisschen öfters, dass wir zu bestimmten Uhrzeiten ein paar Challenges machen mussten. Da, der Zeiger hat sich bewegt, seht ihr, jetzt steht er auf 11 Uhr, ne? Und tatsächlich sollte diese Uhr alle 22 Minuten dann einmal komplett umdrehen sein, weil alle 22 Minuten ist, vergeht ein Tag in Fortnite mehr oder weniger oder auch die Schleife. Das ist cool, dass da die Uhr nochmal so eine kleine Funktion bekommen hat, genauso wie der Big Ben bei Tilted Towers auch die Ingame-Zeit angezeigt hat. Ne? Und auch aktuell der Uhrzeit-Big Ben, Leute, in Tilted Towers oder Boney Bubs, besser gesagt, zeigt ja leider auch nicht die Ingame-Zeit an, ne? Der ist nur drauf gemalt, die Uhrzeiger bewegen sich nicht, aber damals, als Tilted noch existiert hat und tatsächlich auch in Season 5, wo der Big Ben hier zu sehen war, hat dann auch die Ingame-Zeit angezeigt, genauso wie der Eko-Skin es auf seiner Schulter tut. Das nächste Secret betrifft den Marigold-Skin. Nicht nur ist sie der weibliche Midas, Leute, und an sich auch ein ziemlich nicer Skin, sondern das Secret liegt tatsächlich auch in der Beziehung zwischen Midas und Marigold und ihrem Namen. Und die heißt Marigold und den Namen haben wir ja schon in Season 2 gehört, bevor wir diesen Skin überhaupt in Season 5 bekommen haben. Und zwar hat Midas sein eigenes Schiff, was in Season 2 rumgeschwommen ist, auch Marigold genannt. Eine Anspielung, weil sie seine Frau ist oder eine Geliebte. Die Tochter können wir inzwischen ausschließen, weil Jules offiziell in Season 6 ja bestätigt hat, dass Midas der Vater ist. Könnte höchstens noch eine zweite Tochter sein, mal davon abgesehen. Aber das Season 2 Schiff hieß auch Marigold und hat danach ihr benannt. Und finde ich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr nicer Seitenhieb, dass es dann auch drei Season später, wo das Kind rausgekommen ist, so noch eine Anspielung hat auf die Season 2, wo das Schiff da war. Und Season 3 dann auch, auch wenn nach Deadpool danach das Schiff komplett zerstört hat. Schreibt mal runter in die Kommentare, Leute. Hat euch irgendwas davon überrascht? Gerne reinschreiben, würde mich freuen. Wir werden gerne durchlesen. Natürlich auch gerne an dieser Stelle den Like-Button reinhauen und für die 10.000 knacken wir dann natürlich gerne und für den Abo-Button und Glocke für die 7.72.000. Jetzt schnell in den Livestream reinkommen und dann nochmal der Creative Wahnsinn für die Preisgelder, für die kostenlosen Items, die bestimmt hier jetzt irgendwo verlinkt werden. Checkt auch auf jeden Fall das Video aus mit den Naruto-Skin und den Geheimplänen von Epic. Da sind auf jeden Fall sehr, sehr interessante Sachen bei und gebt ihr Flosse. Klopp! Klopp!